aus dem Donnerkern gar nicht mehr rauskommt Willkommen zurück zu einer neuen Folge Magica und wir sind hier in Folge 31 am Ende der Welt wo Grimni auf uns wartet zum finalen Kampf ist das final? Weiß man nicht Weiß man nicht Kommt davon auf wen besiegen oder nicht? Aber es ist schon ziemlich episch also ich weiß nicht dahinter ist auch nichts mehr man sieht das da war noch ein Geist Geist Grimni der dunkle Lord So Wo bist du? Verkörperung Entschuldigung Was denn? Nein noch nicht Sein Schild ist nicht so stark Hier liegen Minen Nicht da reintreten Die Minen gehen auch durch den Schiff durch Kann die weg machen Verkörperung Jetzt Verkörperung Wiederbelebung Schnell Verkörperung Ich kann nicht es regnet Schnell Zunächst machen Wiederbelebung Okay Sehr gut Das klappt ja super Das klappt ja super Was mach ich denn da? Okay Heilt euch erstmal Verkörperung Verkörperung Das war Lassander zum Aufwärmen So sieht das aus wenn man total chaotisch und nicht weiß was man tut Ja Wir machen mal die Dicke Kugel nächstes mal Wieso die Dicke? Dann kommt ihr nicht da raus Dann können wir die Bomben durch den Schild aufnehmen Oh warte ich mach was prekasten Na gut das können wir mal versuchen Na ist egal Gut dann mach ich die Dicke Kugel mit mir Aber er wird uns dann wahrscheinlich da drin erwischen Die soll direkt vor ihm enden Okay Dann versuchen wir das mal so Also gut wenn es regnet muss ich Zunichtung machen Und ähm Was ist denn jetzt schon? Oh da hat er Feuersturm gemacht So dann Ich weiß nicht ob das ich die Leute wieder will Oh Gott Kurz Zack ich hab Verkörperung gemacht Das hat geklappt Wow super Ich bin der Beste Dann hau mal drauf Könnt ihr da jetzt durch? Ja Verkörperung Alter ich hab wieder Verkörperung gemacht Komm dann durch Leute Ihr müsst was tun Ich kann Verkörperung zaubern Wenn er jetzt Geister beschwört bin ich da Verkörperung Ich bin tot Ich bin tot Oh Mann Ich bin auch tot Das Ding hat mich hier Ihr müsst was machen ich bin ready für Verkörperung Zack alter Ja los Dann machen wir so Wenn Alex jetzt die Geister von den Seiten wegfällt Und ich vorne das habe Dann bleibe ich jetzt einfach Eins umzubringen Ich halte die Geister weg Den Rest für nichts anderes kann ich garantieren Ja der böse Sturm Komm hol sie euch Ich hab noch mal ein bisschen Feuer auf ihn Oh Ja alter was für ein hitziges Gefecht Und der Körper Na gut Das ist echt praktisch Ich kann mich auch dabei im Kreis drehen Und sehe ich ein bisschen dümmelämlicher aus Ja wir greifen ihn an Außer mich So Wolfgang pass auf Irgendwie hinkommen halt da wo ich stehe Er brennt Das ist doch gut Er kriegt gerade mega viel Damage Ich bin glaube ich tot Wir sind Phoenix Beschwörung Wir kommen noch wieder Ja Alle vier Sehr gut Sehr gut Achtung Wirbelstumpf von rechts Jetzt Zauber Sehr gut Ha 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 So fach mir rötterkrafter ringer jo auf mörka sidan Wir können ringen nye und verfattem mutter fjamtiga Gord Ach das ist der Dicke Geiger Wenn insene Geigerne auf mir würde ich sehen dass du den Lodio Dass du den blitzelkad von Skuggord Men er mei publischär att pitcha projektetid Um Wenn auf esbold Engen Mit Dann Oh die ja das ist jetzt schlecht also dort der königin gelb die Klinik entgegelt sich um es zu lösen durch die Hausaufgaben zu hören auch auf der Operator gebeten aber auch ja das ist ja ja das ist in unserer Welt die Klinik den schild hat jemand gerade gemacht nein, Minen gehen nicht ok, ja das funktioniert so wir müssen ihn angreifen ich zauber dann, wenn ich glück habe im richtigen moment den phoenix damit wir alle vier wieder mitnehmen wow, das war gut, noch mehr davon oh, das war hart bist du da, ich hab mich belebt oh zu Nächte machen danke sauber im Moment läuft, wir haben schon Damage gemacht zu Nächte machen sehr gut Leute, wir sind ein richtig krasses Team heute das ist der absolute Wahnsinn vercastet irgendwas mein Schild ist weg wir sind weg wir beleben uns immer wieder ich glaube ich bin auch gleich gerundet phoenix ja, phoenix geht auch hier, phoenix für euch ich weiß nicht wo der landet ok, das Ding noch ein phoenix ja, ich glaube, was solltest du machen wenn wirklich alle schon drauf gegangen sind ja, wenn alle drauf vorsicht, da kommt noch einer ok, jetzt hat er alles getötet aber dieses schwarze Loch ich weiß nicht was das ist das Ding in der Mitte zieht dich an und dann wisst du schon ja ok wie war das zu Nächte machen ja das macht voll Spaß der Supporter zu sein ich muss überhaupt nicht ich stehe nicht unter Stress hier sind Heilungsminen hier sind Heilungsminen falls jemand braucht hier sind Heilungsminen ja, bin ich sicher hat schon jemand was gefunden gegen ihn irgendwas hat ihm mehrere tausend Schaden gemacht Heilung bitte? das war ein voll aufgeladener Erdenball Wiederbelebung meinst du ja hab ich was anderes? Heilungen sind die Heilungsminen aber er hat schon irgendwie Drittel Schaden, also ihr macht das ganz gut ok gut, dann wir müssen nur gucken, wenn er gleich wieder sein schwarzes Loch macht dass wir da aufpassen oh ne oder? oh sehr gut, sehr gut ok warte Feuerstab oh ja Schilde in ihn rein das ist grad richtig gut achtet euch das an, mehrere tausend Schaden er ist fast tot nochmal er heilt sich aber das ist egal das schwarze Loch kommt das schwarze Loch kommt löscht dich Sven mach Wasser auf dich boah er heilt sich richtig krass ihr müsst was machen nein, ihr müsst Schaden machen zündet ihn an und macht Dampf auf ihn also mit Feuer und Wasser Achtung Sven löscht dich Timo, Wasser löscht dich Timo, Wasser ja oh 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 er heilt sich wieder ok oh 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 das ist übel ich dachte wir hatten ihn schon fast schade oh ne löscht dich Jorn ja was so, danke ich stehe hier nur rum und sauber diesen scheiß Schild aufrecht oh nein oh nein löscht uns oh nein oh ok ja geh mal weg hier genau ah ich hab ne Idee ich mach uns nicht immer vor mach mal mehr Leute wieder blieben ja gut gut das hat funktioniert ok danke ok alles klar Dampf war richtig gut auf ihn also irgendwie Feuer und Wasser zusammen und dann als Schild auf ihn rauf stellen das hat richtig viel Schaden gemacht wie geht denn das nochmal Feuer und Wasser und dann Schild also Feuer und Wasser und Schild zusammen glaube man oh das hat weh getan ok kommt Leute Feuer und Wasser und Schild auf ihn drauf ja das da oh ne ich noch nochmal Feuer und Wasser Schild ich glaub das geht ok aber welche Taste dann ja dann wie heißt die Taste denn bei euch weiß ich doch nicht egal Leute wie macht man ein Schild so wie du Minen auslegst vor dir also so musst du das zaubern ok Alter nein weg da Alex ich hab schon zunächst im Machen gezaubert nein ich hatte zunächst im Machen gezaubert du hast uns viermal wiederbelebt und wir sind alle im Machen ich hatte zunächst im Machen schon gezaubert ich dachte das lässt sich dann auf ja ich dachte du musst dich nur noch rechts drehen und dann wiederbeleben gut dann stelle ich mich hier jetzt ganz an den Rand damit ich dann auch hier äh safe bin klappt das nicht mit dem Dampf das muss klappen oh wollt ihr mich verkackhaiern das ist nicht im Machen hat funktioniert ja ja oh wo bin ich drin au au komm hin au okay gut oh der kommt ist spannend oh oh Johann du hast ein Heilungsschild auf dich gemacht ja das war ein falsches Test okay willst du mich immer rum oh 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 nein weg 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 nimm bitte ich bin zu hier kommt das lustig nein ich krieg Schaden aber warum warte ja das wenn er brennt kriegt er auch richtig Schaden ja das wenn er brennt kriegt er auch richtig Schaden geht es echt um Wir fallen gerade übrigens runter, wenn wir ihn gesiegt haben, klatschen wir einfach auf den Boden auf und zum Tod. Das ist gerade gut, was er macht. Er kriegt... Boah! Er kriegt Schaden! Weiter so! Weiter so! Dranbleiben! Er ist fast tot! Feuer! Alle! Feuer! Los! Feuer! Ja! Sorry! Ja! Ja! Scheiße! Nein! Wir haben noch einen neuen Zauberer. Ja! 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 Oh! Es ist so ein eigenes Blut! Oh! Oh! Khuhe. Oh! 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 Jetzt die Magie! Okay, kurz gucken wie die geht. Wie hieß das Dorf? Vortex haben wir gelernt. Zimmer, Vortex. Vortex ist hier, haben wir noch was gelernt? Nee. Nee, ich glaub Vortex ist das so. Wie komm ich denn zurück nach oben? Vortex. Eis, Arcan, Eis, Schild, Eis. Oh Gott! Warte, eine was? Okay, kann ich mal zaubern? Das ist eher zerstört, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ja, ich glaub wir gehen alle drauf. Also wir sind ein Checkpoint. Einfach versuchen. Ja, das müssen wir jetzt zaubern, oder? Ja. Soll ich das mal machen? Also, Armin, lass mich das kurz einprägen. Das machen wir eh in der nächsten Folge erst. Ich träg mir das bis zur nächsten Folge ein und dann sehen wir uns hier wieder. Bis dann! Tschüss!